So, hallo, kurze Info bezüglich Stream-Gedönse. Ich kann es nicht auf YouTube hochladen. Ich habe es jetzt wieder mehrmals versucht. Ich habe mehrere Sachen versucht. Ich habe gegen ganz normal Twitch-Export-Funktion versucht. Der bricht ab. Also da habe ich wieder haufenweise Fail-Mails. Und dann habe ich versucht, es runterzuladen. Und wenn ich es runterlade, dann bekomme ich... Ich habe es mit mehreren Programmen versucht. Hier deswegen sind es auch zwei Dateien. Passiert beides mal genau das Gleiche. Das ist die Datei, die ich bekomme. Die geht hier unten, folgt meiner Maus, falls die angezeigt wird. Ansonsten folgt dem Zeiger. Sie geht bis hier, bis 1958. Das ist ungefähr diese Stelle hier. Hey, Belfigo, hallo. Und da hört es auf. Dasselbe passiert, wenn ich das Ganze mit dieser Datei hier probiere. Die geht... Ah, gut, die geht bis 1956. Naja, fast. Die eine geht bis 1956, die eine geht bis 1958. Aber es ist immer der gleiche Bereich. Richtig nice. Ja, ganz, ganz nice. Hey, Belfigo, hallo. Okay, es ist sogar... Es ist die gleiche Stelle, aber es ist eine andere Laufzeit. Gut, whatever. Jedenfalls, es bricht ab. Ich kann... Ja, cool. Es bricht ab. Ich kann nichts machen. Ich kann es nicht verhindern, dass es abbricht. Ich habe es jetzt mehrmals versucht runterzuladen. Ich habe es mehrmals versucht, auf YouTube hochzuladen. Und es bricht immer bei diesen knapp 20 Minuten ab. Ich schätze mal, es ist einfach passiert. Weil ab und zu hängt ja der Stream zwischendurch so ein bisschen. Ich denke, wenn mir das passiert, dann lässt sich das auch nicht mehr gescheit exportieren. Also habe ich halt wieder Highlights draus gemacht. Das gilt für diesen Stream, als auch für den letzten von letzter Woche. Das findet ihr alles hier auf Twitch jetzt in den Highlights. Da, da sind die drei. Also das sind drei, weil der von gestern wurde in zwei Parts gesplittet, warum auch immer. Das ist genau an der Stelle passiert, wo hier unten dann Stream offline stand im Chat. Aber naja. Wollte ich im Prinzip nur kurz wieder erwähnen, weil das jetzt nicht so... Ich habe es nur auf Twitter geschrieben und ihr guckt ja nicht alle auf Twitter bei mir. Deswegen hier kurz die Info. Die Streams sind da. Ja, sie werden auch für alle Ewigkeit bleiben, solange Twitch die Highlights in aller Ewigkeit liegen lässt. Aber ich kann sie nicht auf YouTube hochladen, die letzten zwei. Ich hoffe, dass es mit dem nächsten dann wieder funktioniert. Es ist aber immer eine Glückssache. Ich kann jetzt aber schönerweise durch diese Download-Geschichte, kann ich das jetzt einfach immer testen, ob es irgendwann abbricht oder nicht. Und dann weiß ich, okay, liegt am Video, geht nicht. Oder, okay, vielleicht einfach nur Pech gehabt. Ich sehe auch gerade, ich habe das hier nicht das letzte Mal aktualisiert. Naja, egal. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich gewesen. Wie gesagt, ihr könnt hier, da, das sind alle drei... Also das ist vom 19... Es steht ja dort, mein Gott, ich brauche es ja gar nicht sagen. 19.11. 19.11. 19.11. Das hier ist hauptsächlich der Teil mit Anti-Champo und ein bisschen Isaac. Und hier ist dann noch der Rest von Isaac. Ähm, ja. Ich kann nicht mehr machen, es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Wenn doch, ich kann es, wie gesagt, nicht ändern. Ja. Ähm, okay. Danke fürs Zuhören. Und wobei, ist auch eher Zuschauen hier wieder. Ja, und tschüss.